Vom 14. bis 25. März 2017 finden die Special Olympics-Weltwinterspiele 2017 in Graz und Schladming statt. Hermann Kröll, ehemaliger Schladminger Bürgermeister, Landtagsabgeordneter, Nationalratsabgeordneter. Ich darf dich fragen, als Präsident dieser Organisation Special Olympics habt ihr ja sicher einen Corporate Slogan. Kannst du uns diesen nennen? Das kann ich gerne. Wir haben die Botschaft und das Motto Herzschlag für die Welt. Herz, weil es im Herzen Österreichs in der grünen Steiermark, wir sind das Herz Österreichs und Herz, weil es emotional vom Innen her bewegt und Herzschlag, weil es ein Impuls sein soll, die Spiele von der Steiermark, von Österreich nach Europa und um die ganze Welt zu senden. Daher Herzschlag für die Welt. Was sollen diese Olympischen Spiele eigentlich bewirken? Sie sollen im Wesentlichen eine Fortsetzung der positiven Entwicklung bewirken, die wir 1993 mit den ersten Weltwinterspielen außerhalb Amerikas, nämlich in Salzburg und Schladming damals schon erreicht haben. Es soll praktisch die Philosophie und den Geist der Special Olympics Bewegung im Sinne der Gründerin Eunice Kennedy Schreiber, der Schwester des Präsidenten John F. Kennedy weltweit verbreitern und im Inhalt vertiefen. Diese Botschaft wollen wir mit diesen Weltwinterspielen verstärken. Dazu kommt, dass wir 17, vier Jahre nach der alpinen Skieweltmeisterschaft in Schladming, wo es um den Höhepunkt der sportlichen alpinen Skibewegung geht, eine soziale Sportbotschaft nachsenden. Weiche, wenn man will, also weiche Elemente, Sport, Integration, aber auch Menschlichkeit und Herzlichkeit. Und das ist, glaube ich, für unser Sportimage wunderbar und ist auch für Schladming und für Graz sehr zutreffend. Weißt du, wie viele Athleten antreten werden und in welchen Disziplinen? Aus heutiger Sicht dürfen wir von 3000 Athleten aus 100 Nationen ausgehen. Wir haben einmal den gesamten Ski-Alpinenbereich, den Langlauf- und Schneeschuhlauf, den Snowboard als Kunstlauf als Schneelauf, Floorhockey und Stoppschießen als Demonstrationsbewerb. Man kann sagen, alles, was in der Halle stattfindet, wird in Graz sein. Alles, was im Schnee stattfindet, unter freiem Himmel, wird in Schladming am Rohrmoos alpin und in der Ramsau nordisch stattfinden. Wenngleich die Eröffnung in Schladming ist und die Schlusszeremonie in Graz. Herr Präsident Hermann Kröll, die Weltwinterspiele 2017 richten sich nicht nur an Menschen, Athleten mit besonderen Bedürfnissen, sondern auch an ihre Familien, Betreuer und an ihre Freunde. Dazu gibt es im Vorfeld schon viele Festivitäten. Welche? Ja, wir sind in der Sportöffentlichkeit zunehmend präsent. Der Behindertensport ganz generell und wir auch im Allgemeinen, im Speziellen, die Special Olympics für die mental benachteiligen, aber auch, wie wir gerade gesehen haben, jetzt in London, die Paralympics, nehmen inzwischen einen festen Platz im österreichischen Sportleben ein. So zum Beispiel beim Sportfest der Republik am Wiener Heldenplatz oder es gibt viele, viele Errungen und Empfänge, zum Beispiel die Sportlerwahl jedes Jahr, wo der Award vergeben wird. Der hat jetzt auch seit Jahren schon auch Behindertensportler dabei. Also wir haben eine Reihe kleinerer Veranstaltungen, wo der Special Olympic Geist im Sinne von Olympischen Protokoll immer gegenwärtig ist. Das heißt Eid, Fahne und Medaillenüberreichung. Es gibt keine Veranstaltungen, wo diese Elemente des Olympischen Protokolls fehlen. Also so gesehen hat sich der Behindertensport und vor allem der Special Olympic Bereich sehr, sehr stark in die Gesellschaft integriert. Wie lautet der Special Olympic Eid? Der Eid lautet, lass mich gewinnen, aber wenn ich nicht gewinnen kann, dann lasst es mich mutig versuchen. Und das ist ein wunderbarer Eid, weil er bringt zum Ausdruck, es kann nicht jeder eine Höchstleistung erbringen. Aber allein sein Bemühen, dabei zu sein und das zu probieren, hat ihn schon zum Sieger gemacht. Und das mutig, das zu versuchen und zu trainieren, das ist der eigentliche Sieg für ihn und über ihn, für seine Familie und für die Gesellschaft. Und dafür treten wir ein. Präsident Hermann Gröll, Kindler TV, wünscht dir viel Erfolg bei all deinen sozialen Bemühungen. Danke vielmals. Allein wären wir nicht in der Lage, aber wir haben so ein gutes Ding und daher freue ich mich auf diese große Aufgabe.